Oh! Nicht aufregen! Nein! Der Bot macht's! Hey, Kenners! Was geht bei euch ja? Junge, willkommen hier zu CSGO und ratet mal wer am Start ist! Hörpeln! Alda, Köbelstein! Mein Lieblingsman! Alda! Nicht! Ich geh auf Titanic! Aber geh nicht unter mit der Titanic! Bleib über Wasser, Jack! Ach, wak- So, wot machen wir? Ähm, gewinnen! Alles klar, dann fängst du an! Mit gewinnen, okay, okay. Wo gehen wir hin? Machen wir T zuerst! Okay, T, T! Oh, da ist einer auf die Titanic! Wadda! Geht auch nicht! Wie werden beide gepinnelt? Ey, wir haben ihn übelst ge... Woa! Alter! Boah! Was geht hier ab? Ja! Da ist die Durchbringung 0! Die P90 wurde verändert? What? Hast du den Sound grad eben gehört? Ja, das... War heute früh ein Update! Ich fasse es nicht! Also, was ist mit Pawel? Was ist denn? Was ist denn denn? Ha! Wie wir gewinnen! Er hat mich gepimmelt mit deiner Scout! Wie er da unten steht! Wie so ein Regiment und ich bin, ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich geh mal auf A. Auf A? Weil ich zu tryhard bin. Ich komme auch getryhardt von B. Nein, 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 was hab ich getrieben? Ich flieg mal vor. Oh, vielleicht ist da rechts was. Hahaha, genau. Wurst geht? Das war richtig nice, wenn da irgendwas saß im Rücken zu dir. Nackt. Danke für das Flash. Warte extra auf dich. Wo ist er? Ich bin da, ich bin da, ich bin Mitte. Hier, hier Richtung, ich tu das in Richtung A lang. Das wird so fett. Jetzt schon. Alter, es sind ja nur noch zwei. Was sind denn das für Leute? Das ist krass, oder? Also entweder sind wir ultra gut oder die sehr, sehr schlecht. Und ich geh natürlich vom ersten aus. Ich würde definitiv auf den ersten aus. Schon gewonnen. Welche war, Matt? Ähm. Ich glaube, es wird das zwei. Ich glaube auch. Oh. Ey, wie ich den grad weg gehatchert habe. Ultra-Inboard-mäßig. Ich hab eine Purple-Waffe dabei. Die sind richtig edel mit 13 Kills drauf. Ja, ist klar, ne? Captain Turkish ist gekillt worden. Da kommt Captain Pablo ran. Ey, wir sind ja zu fünft in dem scheiß Tunnel stehen. Und direkt reingenanzt, Alter, wie cool. Die Pippi. Boah, da war noch einer. Okay, okay, alles klar. Ich sammle jetzt ultra die Kills mit meiner Piste. Oh. Oh yeah, das macht er. Ich hab schon 16. Super, ich seh. Oh Mann, ein Gegner. Oh Mann, direkt mal draufballern. Matchmaking, nur Team-Kills sammeln. Minus 30 Kills. Mindestens Ende zweite Runde. Ey, Kick. Kick one, Rapper. Kick da, ey. Lalalalalala. Das geht. Lalalalalala. 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 Oh, da kommt, da kommt das Diffuse-Kit rausgeflogen. Hast du gesehen? Ja, volle Karte direkt aus meinem Jufel. Ich hab mich ganz leicht erschreckt. Der Ninja-Alpin wird rausgeworfen. Oh. Die arme Sau. Das kommt davon. Bombe liegt auf A. Shit. Oh. Voll den Panda weggelanzt. Wo ist der? Oh. Okay, okay, SSG. Attack. Bamala. Nice. Der war schon leicht Ede, ne? Ich glaub, ich behalte sogar die SSG. Nee, komm, ich nehme die AWP natürlich, ich bin nicht Wahnsinn. Alter. Wie er mich noch kriegt. Hahaha. Hohoho. Hohoho. Junge, Junge. Pille, oder? Oh. Hallo, Betsy. Mein Name ist me. Ich bin wirklich Tri-Hard-Mini. Ultram-Tri-Harden hier. Ich hab sogar einen Moll jetzt schon in der Hand. So arg bin ich am ausrasten. Alter. Woher hab ich die 5 Kille? Oh, schau, das war... Oh. Oh, Gaga. Nein. Er kommt. 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 auf. Und jetzt BAM tot. Oh. Nein. Das hätte ich sein können. Das ist doch jetzt aber echt nicht sein. Ernst, Mensch, ey. Alter. Wer schmeißt dich denn da selbst an? Hahaha. Ja, wer wohl? Vor allem, wie du da stehst und du mich anguckst. Shit. Mitte, Mitte. Alter. Alter. Diffusing. 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 Da hast du viele Kinder hier rumspielen. Das ist jetzt nicht wahr. Und ich werd von A angef... Ich werd von hinten angefreckt und von vorne geprumpt. Jau. Haben wir gut hinbekommen. Auf jeden Fall. Aber echt... Aber gut verloren hier, ne? Haben wir echt gut verloren. Ich hab Barrettas bekommen. Alter, hast du ein Level Up gehabt oder was? Ja, Level Up. Ich mach ein Shadow Case auf. Okay, mach das. Okay, mach das auch auf. Floss Gates. Dann, 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 dann. Ich fahr über die Deckers drüber. Ah, so scheiße. Du willst Barrettas? Hast die eigentlich schon abfackt? Die du gerade bekommen hast oder was? Ne, ne, zum Glück nicht zum Glück. Das wär bitter. Ne, zum Glück nicht genau die. Ah, shit. Bin in den Kopf gedrückt. Where are you? I can be. No stop. I'm coming with you. Nah. The gay squad is underwakes. Oh, yeah. The gay squad. Aha. Oh mein Gott, bin ich erfolgreicher als der Sensei. Das geht gar nicht. I can't believe it. No, that's not good. I have to take 9 too. Now we can win the game and then we go to the McDonald's. In the McDonald's rein and then we eat some McDonald's food. But what's with Burger King? And after that we go in the Burger King-Laden. Oh, yeah. I drink a milkshake, der sich gewaschen hat. Der gewaschen wurde davon. Der gewaschen wurde. Mit Persön. Da war einfach einer, da war einfach Big Dick vor mir gestanden. Oh, nee. Halt. Das war der Feier. Der hat mich vorhin auch schon genappt. Der hat mich rausgeholt. Alter. Was passiert denn hier überhaupt? Oh, no. Der Fernseher ist aus. Staatstrau. Oh, nein. Wo soll ich denn jetzt mein RDL gucken? Echt? Mitten im Leben. Ja, na. Das Gay-Team macht gerne mal Sandwich-Action. Das Gay-Team. Ich will in den Meta. Oh, God. Ey, die kleinen Kitty ist hier. Komm mal lieber auf B, bevor ihr da so arg dezimiert werdet. Big Dick ist schon down. Shit. Wir haben unseren Big Dick verloren im Gay-Team. Oh, my God. Oh. Wie hab ich den gekriegt? Ich weiß es nicht. Er hat mir keinen Damage gegeben. Er muss schlecht sein. Hab ich eigentlich die Geschichte mit Mitten im Leben weitererzählt? Ey, du hast gesagt, dass dein Leben so gut ist. Es gibt ja immer diese tollen Bildunterschriften, ne? Und das war wirklich so, so, keine Ahnung, Mitte 40, so total abgeranzt. Kaum Geld für irgendwas. Und da stand in der Bildunterschrift doch tatsächlich. Ist zur Not auf Klopapier. Das hab ich schon mal irgendwo im Internet gesehen. War das so ne Dicke? Ja. Das war so, Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Da muss ich direkt mal dem, 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 dem Half-Lex aka Big Dick zugucken. Oh, ja. Ich bin der Big Dick. Ich bin der Tüdel. Und die Kinder. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Lass ihn mal vom Boss picken. Direkt, direkt. I'm going to be lame. That's such a shame. Alter, ich bin Zweiter. Was ist denn da los? Sind wir so schlecht? Nein. Da kommt er von der Seite. Oh. Muss ich aufregen. Nein. Der Boss macht's. Äh, was passiert denn hier jetzt? Was? Was geht denn jetzt hier für'n? Was spielt denn jetzt hier für ne Platte? Brie, please shut up. Ach, die Kinder. Am, 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 am. MC Big Dick hier ist von am Abgehen. Der ölt gerade seinen Big Dick ein. Er hat auch schön glänzt in der Kamera. Ja, natürlich. Der muss schön muskulös aussehen. Der Big Dick klaut mir einfach meinen Kill. Dankeschön, Big Dick. Fucken Cockblocker. Ja. Ich hätte mal lieber weiter sein Masturbato eingeölt. Leeroy! Ich hab' den Leeroy gesehen, wie er umgelanzt wird. Au, au, au. Achtung, pass auf. Leeroy! Nein, nie! Oh! Voll liebender! Ja, okay, gut. Dann, sag, ich hab' angefangen. Du machst die letzten Worte zum, 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 zum Sonntag. Äh, das Wort zum Sonntag. Alles klar. Äh, Kinder nutzt Kondome. Auch in Counter-Strike. Damit solche kleinen Biab-Beaches nicht kommen. Schaut's da mal rein. Beim Dui. Bei mir nicht. Ist uninteressant. Und, yeah. Haut rein, Kinders! Ja, und, äh, genau. Vielen Dank, dass Du dabei warst und dass ich dabei sein durfte. Gleichermaßen. Ja. Schaut bei Half-Lex vorbei. Hehehehe. Okay, alle hopp. Ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao! Ciao, ciao, ciao!